Um meine Mandanten nicht nur im Bereich Finanzen zu beraten, gründete ich das FACE-Konzept. Dank der Sparte Karriere-Coaching biete ich einen reellen Mehrwert für meine Mandanten. Zum Beispiel durch persönliche Coachings im Bereich Assessment-Center-Training und auch Rhetorik-Seminar für Vorstellungsgespräche, Existenzgründer-Seminare, Seminare für Lehramtsreferendare. Alles ist dabei. Nur du fehlst. Komm vorbei und gestalte deine Zukunft.